Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die Sport- und Vitalregion Aachensee. Neue Monat, neue Jahreszeit, der kommende Wetterwechsel fällt ziemlich heftig aus. Der Hochsommer wird vom Frühherbst verdrängt und an manchen Stellen erwartet uns binnen Wochenfrist so viel Regen wie normal im ganzen September. Lassen Sie uns noch einmal zurückschauen auf den August, und zwar auf den letzten Augusttag mit unserer Livecam in Pertisau am Aachensee. Das war nochmal ein perfekter Wande- und Badetag mit blauem Himmel, viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Der Dienstag beginnt zwar auch noch mit Sonnenschein und mit Hitze, vor allen Dingen im Inntal, da gibt es noch über 30 Grad. Aber alsbald kommen dann ein paar dickere Quellwolken, die bringen zum Nachmittag und vor allen Dingen dann zum Abend heftige Platzregenschauer, Gewitter, teilweise mit Hagel. Es ist schwül warm. Noch bis Ende Oktober können Aachensee-Urlauber kostenlos an geführten Wanderungen teilnehmen. Anspruchsvolle Strecken sind ebenso im Programm wie Einsteigertouren. Zum Beispiel geht es mit den Rangers des Naturparks Carwendel zur Nature Watch Tour, wo Gänse, Murmeltiere und Co. beobachtet werden. Oder man wählt die Steinölwanderung am Donnerstag, die eine Führung in der Steinölbrennerei im Bechental beinhaltet. Alle Infos finden Sie auf www.achensee.com. Und haben wir hier schon das Wetter für Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das eher frühherbstlich aussieht mit Wolken. Die Berge sind in Wolken gehüllt und es fällt immer wieder Regen. Und es sind doch maximal noch 20 Grad in Wiesing rund um den Aachensee. Allerdings nur 15, 16 Grad. Ein herber Absturz im Vergleich zu den letzten Tagen. Beim internationalen Aachenseelauf am 5. und 6. September können ambitionierte Läufer wieder gemeinsam mit Spitzenathleten um die Wette laufen. Am Samstag finden der Fitnesslauf über 10 Kilometer und der Kinderlauf statt. Start ist um 16.30 Uhr beim Fischergut in Pertisau. Am Sonntag geht es um 10 Uhr los, ebenfalls in Pertisau. Die 23,2 Kilometer lange Strecke rund um den Aachensee sowie der Staffellauf für zwei Läufer stehen am Programm. Alle Infos zu dieser Veranstaltung gibt es auf www.achenseelauf.at. Und jetzt kommt unser Wochenendwetter, das weiterhin von den Temperaturen her. Zumindest auf der frühherbstlichen Seite steht die Temperaturen, gehen nur langsam hoch. Immerhin fängt sich das Wetter allgemein. Nach einem wechselhaften Samstag kommen zwei relativ sonnige Tage. Wie gesagt, die Temperaturen eher tief für die Jahreszeit. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne, erholsame Zeit bei uns in der Sport- und Vitalregion Aachensee, auch wenn sich das Wetter nun eher von der nassen und kühlen Seite zeigt. Ich bin sicher, Sie machen was draus. Bis bald. Servus.